Hallo, Gunther Emmerlich und Josefa auf dem roten Teppich, eine Debutantin des Semper Opernballs des nächsten Jahres. Ja, genau, vollkommen richtig. Ist das schon so ein kleines Schnuppern, wie es dann im Januar wird? Auf jeden Fall, also ich habe jetzt heute schon das tolle Kleid an und es ist wirklich wunderbar. Man fühlt sich wie eine Prinzessin drinnen und ja, also ich freue mich auf alle Fälle auf den Ball. Ich glaube, das wird ganz toll dieses Jahr. Herr Emmerlich, sind Sie mit dem neuen Design zufrieden? Also mir wird es nicht stehen, aber ihr besonders, ja. Also es sieht blendend aus. Hatten Sie es mal probiert? Bitte? Hatten Sie das Kleid mal kurz probiert? Ich habe das jedes Jahr probiert, ja, und habe es dann immer wieder abschlägig behandelt. Wir Männer sind ja da so einfallslos wie Sie. Wir haben immer wieder das Selbe an, ja. Immer das Gleiche, wie im vergangenen Jahr. Kurz unterscheidet immerhin, dass Sie eine Fliege haben, etwas zu klein. Dafür ist mein Schlips etwas zu groß. Treffen wir uns in der Mitte, Herr Emmerlich. Einen schönen Abend euch. Danke. Ciao.